Dann nehm ich Ballastik Messer mit. Ich bin der Horst. Ballastik, ich nehm die Kubizette mit und ich helfe dann mal runter schießen. Ok, dann starten wir das einfach endlos, oder? Ja, genau. Ok, dann let's go. Aber nicht öffentlich. Natürlich. Ne, ne, privat zu können wir keine Pause drücken. Wir sind doch vier, es kann keiner dazukommen. Ja, aber dann können wir keine Pause drücken. Falls man kein Klo muss, nebenbei oder sonst was. Alter, echt, ey. Wie geht denn der Pinkel, wenn man grad spielen muss? Ja, logisch. Oder wenn man mit anderen Sorgen hat oder so, wenn man schnell weg muss. Ja, natürlich. Wenn Tyson raus muss? Dann hat er Pest gehabt. Es gibt auch Fenster, wo man Hunde rauswerfen kann. Ja, ja, ist klar. Ich hab da eine Balkon-Tür. Oder man muss wie so eine Katzenklappe einbauen für Hunde. Ja. Wo der Tyson dann hängen bleibt. Wo nur der hinten hinten der Popo rausguckt und dann... Wer ist Tyson denn? Ja, mein Bautzi. Ich stell dir das mal vor. Irgendwann kommt der und beißt euch und dann wundert ihr euch. Nein. Ich wette mich heute nicht beißen. Nein. Ja, Tofi, du musst auch aufnehmen. Denk dran. Ah, jetzt muss ich jetzt mal mein Dashboard umschlauen alles. Alter. Das können wir immer noch mal machen. Aber wie gesagt, nur wegen Livestream können wir immer noch mal machen. Das geht so leicht von der Hand, ja. Richtig. Ach, ich nehm gleich die Frohslinde, ansonsten muss ich sie wieder suchen. Hab ich keine Lust drauf. Hab ich keinen? Oh. Na gut. Was ist denn wo ist das scheiß Messer, ja? Ja. Na raus, ne Wächter nehme ich mit. Ich geh nicht drauf. Oder wenn's Teammanager, was mach ich denn hier? Wenn zwei, drei Leute Feuerring mitnehmen, ist schon gut. Ach so, ja. Ich wechsel nachher. Ich hab jetzt erst mal Dings drinne. Ähm. 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 Knügelattacke. Misshall Aura. Ja, jetzt schlauer. Ja, ich mich mal raus, ey. Ich möchte damit, wenn ich beim Bosskampf da ein bisschen verlangsamen kann. In kurzer Zeit. Oah, Schatz! Also, der Einsatzteam nähert sich dem Dorf. Warten auf Befehle, Weaver. Findet Agentin Maxis und bergt so viele Daten wie möglich. Oh, ist das so. Grafraff. Mein Team hat das Dorf erreicht. Ich habe mich in der Nähe versteckt. Ich werde Ihnen helfen, die Omega-Base vor-drucken. Nicht so fair, dass es ist. Was? Also jetzt müssen wir einfach mal ein paar Punkte hier im Hof machen, damit wir die Türe aufmachen können. Ich weiß. Die werden so wenig wie möglich genug von diesem Bestchen eingesteckt. Ich helfe von meinen Monitoren aus. Das war nicht. Nehmen Sie den Ball. Was ist denn fest? Ne, weil ich wollte schon rüber gehen. Nein, nicht wahr. Ja, dann können wir gleich drüber machen. Okay, jetzt bin ich alle. Aber wir müssen alle gleich rüber und nicht alle weggehen. Nein, der macht das, doch jetzt bin ich alle. So, alle, wir kommen dann. Oh, hier gibt's Informationen. Ich will eigentlich nur kurz markieren, wo wir langgehen, aber okay. Schalten Sie zuerst den Strom ein. Als Gegenleistung für eine Agentin Maxis. Ist er schon vorgedeckt in Wuppung? Ja, ja. Jetzt kreiert schon auf und reaktiert. Die Agentin Maxis zur Evakuierung bereit. Wer legt mich denn hier? Alter. Wir sind ja schon bei 2.000 Punkte. Kann man irgendetwas drauf machen? Ja, nicht alle kehren. Einfach drauf machen. Brauchen wir auf und reaktieren. Ne, warte mal. Der Stefan muss erst die erste drauf machen. Dann kriegen wir beide auf. Stefan? Die hier? Ja, komm mal hier, mach mal hier die Tür. Jetzt hab ich dich falsch aufgemacht. Jetzt hab ich dich falsch aufgemacht. Welche ist denn ausgemacht jetzt? Na egal, dann kommt dann jemand in der Mitte. Ist es egal. Und nicht an der Zombie-Scale. Die werden gehen zurück. Wie war das? Martina? Ja. Okay. Wir müssen jetzt erstmal zum Reaktor. Das hier? Ja. Dann müssen wir jetzt weiter runter und den aktivieren. Ja, das ist auch gut. Ja, sauber. Ich glaube oben stehen da Steffen. Ja, ja, ich bin unten. Und wenn er fertig ist, gleich zum nächsten. Also gleich durchlaufen. Und jetzt haben wir mich leben lassen. Hier kommen und einfach durchlaufen. Ja. 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 Die sind jetzt bei nicht nur rumgelaufen. Ja. Ja. Ja, die habe ich auch nicht. Ja, ne, die hast du nicht. Du kannst da öfters dran. Also wenn du jetzt das Spiel verlässt und da reingehst, kannst du da nochmal welche nehmen. Ja. Ja. Ja, da haben wir viele Stämme, wo du öfters dran gehen kannst. Ja, mir fehlt vieles leider. Auch von Session 1 zum Beispiel. Ich habe ja auch 5 Tage vor Ende Session 2 angefangen. Ja, ja. Ja, wir müssen ja nur eine Tour aufkaufen. Eine? Eine, ja? Ja. Ja, keine. Ja, nein, ja. Stimmt. Du musst drei aufkaufen, ja. Jaja, weil wir falsch gelaufen sind, ja. Ich bin unschuldig. Du hast die erste Tür falsch aufgemacht. Ja, das kommt halt vor. Das war aber eine Abkürzung im Endeffekt. Nee, war es nicht. Man braucht nur drei Türen aufzukaufen. Beinahe. Ist immer gut, wenn alle Türen auf sind, dann kommen mehr Zombies. Man muss das auch positiv sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Gibt's ja auch wieder Geheimdaten. Komm hier. Ach, du gehst so rum, okay. Hätte ich sonst jetzt geholt. Hier nicht. Der Steffen weiß, wo die Rekorder sind. Steffen, du musst ihm gleich mal draußen den einen noch zeigen. Jaja. Und du weißt auch, wo die Dinger sind zum Runterschießen. Die geheimen Daten. Oh, die geheimen Daten. Das ist sehr interessant. Ja. Ja, die muss extra runterschießen. Voll komisch gemacht. Okay. Ja, die sind ein bisschen versteckt, ja. Ich denke, ich sehe die ja nicht mehr. Das ist ein Problem. Ach, ich schaff's ja schon. Aber kriegen wir ein bisschen hin. Ja, hier ist schon mal was. Ja, Martino. Abholen. Was denn? Was denn hier? Daheimdaten. Habe ich schon. Hallo. Hallo. Hört mich jemand? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Das war's. Was? Fertig. So, was gemacht hat er noch? Hier oben rum jetzt. Kannst du für diesen Bauplan gleich einsammeln? Ja. Da kann ich die Schmalken los machen. Ja, da muss ich erstmal rüber. Muss ich die Tür aufmachen. Ja, durchs Waffending durch da. Ja. Lass uns erstmal hier die Münchner. Den Ohren. Hör raus, oder? Genau. Ich kann die Tür nicht aufkaufen, sonst hätt ich's gemacht. Ich komm mal. Ich muss einfach durchlaufen. Also am besten nicht zu missleben lassen. Einfach durch. Das Spiel zum nächsten Runden dann schon. Nächsten Schritte machen können. Irgendwas stimmt schon wieder mit Twitch nicht, ey. Was ist das denn für'n Kack? Ich hab mich bestimmt vorlaufen. Plump aber funktionell. Finden Sie die Waffenteile. Oh, es gibt doch. Okay. Wenn Sie die fehlenden Teile für Coolglays Waffe finden wollen, brauchen Sie erst etwas von ihm. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hätte nicht zu mir draußen können, sondern dann beim Reaktor. Das ist sonst Kacka. Kacka? Ja. Ich sehe die Wände nicht zu hoch. Das sind so schwerer dann. Oh. Du müsst zu mir kommen. Wo seid ihr denn? Ja. Da liegt quasi jemand. Ich kann immer noch Sachen rein, ja. Ja. Ich habe schon mal das Auge schonmal. Was für ein Auge? Ja, von dem einen schon wieder. Ja, lass den Stefan das mal einsammeln. Dann sieht man das wieder. Jetzt spät. Jetzt bin ich schon dran. Ah! Hilfe! Ich habe da nur dem Auge zugeguckt. Mano. Also hier gibt es ein Auge, okay. Ja, das musst du einsammeln. Du kannst die Waffe selber selber bauen. Geht mal am besten alle hinter zu Nadine zum Reaktor mit dir. Wie soll ich denn irgendwo hingehen, Alter? Ja. Erste laufen? Ach, egal. Die könnten jede Gestalt nehmen. Maximale Munition. Ich habe hier Waffen. Ich habe so ein komisches kleines Messerchen hier. Ja, das kleine Messerchen ist bis runde, weiß ich nicht. Ey, so ist es ihr nominal. Ja, aber es ist trotzdem... Warum habe ich Feierring mit? Keine Ahnung. Macht ja nicht Sinn, Feuerring. Aber zwei brauchen halt Hightower. Und ich hab sonst immer äthersteuer eigentlich mit. So, wir müssen jetzt... Oh, oh, wir müssen Reaktorenbeschütze nehmen, müssen mitkommen, bitte. Rechts, rechts, rechts. Weißt du, hab ich ja ganz vergessen. Oh mein Gott, der Schaden ist ja schon höher. Ah, richtig gut, hat's schon gegangen, viel lang. Nee, nee. Oh Gott. Oh, du bist auch schon da. Ja, ja, deswegen gehst du die Zombies hier ran und dann einfach 1, 2 halten. Naja, fertig sind. Na, nicht anfassen. So, und jetzt den Zombies halt. Oh mein Gott. Ja, die kippen mir jetzt erstmal alle um. Ja. Da ist der Chagger, ne? Genau. Da ist auch ein Jagger-Wohl. Mach ich das? Ich kann auch in die Türscheibe bei mir schießen. mit einer Waffe greifen, ooooh, was gibt's hier will mir. Aber wir müssen jetzt einen auf jeden Fall gut anwenden lassen. Ja, jetzt auf jeden Fall, sonst ist es die Krise. Ja, das war ein bisschen unübersichtig. Ja, ich muss gucken, ob ich das hinkrieg. Ich hab die QBZ schießt, glaub ich auch. Nein, nein, Einzelschuss. Ja, warte. Ich kann jetzt aber nicht am Computer gucken, ich muss erst mal rausgehen. Böser Meuchler. Böser Meuchler. Böser Meuchler. Ach, ich verlaufe mich jedes Mal durchweggegeben. Ich verfolge das, ich weiß gar nicht was zu sagen. Ich weiß doch nicht, wo es lang geht. Wir müssen auf jeden Fall einen bitte geben lassen. Genau, und dann bleibt es am besten, wenn es so weit ist, einfach im Heli-Pattern zum Ende. In den Sachen mit denen einsaugen dann. Nein, es werden nicht mehr viele leben. Am besten nicht mehr töten. Nein, nein, jetzt wird es erleben das noch. Ja, weil gerade eine Kabumba. So, warte mal, das hören wir, das hören wir, das geht zu dem Team. Ein vor Viertel, ne? Ein vor Viertel, ne? Ich weiß nicht, dass Witzeln zu dir kommt, da muss man auch gucken. Ich bin hier, Requiem, in der Ecke. Ein vor Viertel, ne? Genau, bleibt einfach mal stehen, ihr könnt gleich mit dem Typen da reden, mit dem Peck da unten. Ein vor Viertel, ne? Und in der Ecke da, wo die Jalousien davor sind. Ein vor Viertel, ein vor Viertel, ein vor Viertel, ne? Genau, ähm, du bist, wie bist du mit dem Typen da drüben da? Ja, ich soll schon nochmal ein nebenbei. Ja, du musst ja nur, also erstmal, musst du ja, Peck erstmal. Ja, hab ich. Genau, jetzt geht's mit dem reden. Keine Spielchen mehr, Peck. Wo halten sie sie fest? Tja. Oh, ich kann ihn gar nicht umbringen. Schade. Na, na. Ich führe ein kleines Experiment durch. Wie lange kann man im Dunkel älter übernehmen? Die schießt dreimal, meine Waffe, nicht nur einmal. Es läuft schon ein paar Tage, also typisch. Nee, 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 die hat einen Schuss. Ist rumgewehrt. Ich könnte ihr helfen, sie zurückzuholen. Aber wieso sollte ich so etwas Dummes tun? Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, da der Strom wieder an ist, muss ich meine Daten zu Omega übertragen. Also, dazu hol ich mir ne Waffe und schieße an, an... Papistoro. Ein elender Feigling. Große Worte von einem Wicht, der sich in einem Bunker versteckt. Er wird für seine Verbrechen bezahlen. Er will nicht reden? Ha! Dann bringen wir ihn zum Singen! Kommen Sie zu mir! Oh, bitte denn. Ein Energiekonverter für Ethereum ungerüstet. Cool Clay hat alles getan, um ihn zu verstecken. Was ist Ihr großer Plan, Ravenov? Was? Wer hat den Letzten getötet? Warum macht ihr das? Nicht machen, das kann ich das scheiße so. Ja. 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 Ach, Mann, Alter. Sehr schön. Wir laufen uns dagegen. Und finden kaum... Ach, Mann, Alter. Und finden kaum... Ach, Mann, Alter. Erhalten Sie Zugriff auf das Material für eine Dosis. Äh, die müssen wir eh schon wieder ausführen, aber nicht die Tüten, sondern runter. Wir müssen nur den... Wenn wir den Schritt mit dem Meuchlang gemacht haben, können Sie töten wie ihr wollt, aber der Schritt mit dem Meuchlang ist wirklich ein bisschen... Und da müssen wir schon drei Runden skippen, um alles zu erkennen. Ach, diese doofen Zombies, sie wollen alle. Die sind nicht gut. Ich persönlich bin nicht überzeugt von der Wirtskrankheit von Wahrheit. Ja, 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 ja. Aber es gibt ja mal Ausnahmen. Vor allem, wenn... Ich wollte doch die Woche machen. Ich dachte, die Woche ist ja eine Bescheid. Ich hab' nicht. 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 Mach' mal, ich hab' nicht. Ich hab' nur noch vom... Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Guck' wenn man... Du? Also es... Es fällt ja eigentlich nur noch vom... Vom... Ach so. Hast du die Schränke schon erlaupt gemacht? Na, ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin noch für den Weg. Ich bin gerade Ruhiger. Sag mir das ein? Also eigentlich ist ... Vom Magnetic Magazin fehlt jetzt noch. jetzt noch die es wird uns vorher abreden damit wir nicht alle zu einem Ding laufen bis jetzt beim Oberst ich hab alle also ich hab die anderen zwei du kannst zum Ding ja ich war auch gerade schon bei dem einen, hättest du noch mal sagen können, dass du dahinter bist, dann wär ich da nicht wo geht's denn eigentlich lang? ich hab keine Ahnung Hauptsache ihr haltet eben kurz einen, wir ziehen euch gleich ein, aber wir müssen eben kurz nicht drittige Mäuchler machen danach müssen wir eh alle zusammen ja gut, das geht eh, ja, nächste Runde dann Achtung Kunde, nach hinten, nicht erschrocken ja, oh ja, wie viel ja, so so na, das kenn ich ja, ich hab's aufgenommen, du kannst ihm das drauf machen ja ich hab's noch nicht genommen ich hab's genannt ach, da geht's los ach, da geht's los das Chameleon diese glitschige Echse er war ein gerissener amerikanischer Wissenschaftler ja, aber schon bevor die Russen ihn in die Finger bekamen, war er ein Arrokataar komm, jetzt zeig dir was nicht süß, Martina, komm, du kannst ein bisschen ein Video sehen warte mal, ach nee, der ist Gartensicht nicht, der falsch Sie halten sich wohl für clever aber überhaupt die passende Dosis könnte sein Symptome ein warmes Kribbeln der Gänsehaut ein Glücksgefühl Euphorie wie dann ist das wohl zwei Türen ... nein, nein, ich töte nicht töten, nicht töten er lebt doch noch, alles gut ich töte, ich töte ich töte ich töte ich töte ach, das ist nochmal man, der wenige mehr ich hab's dir mit weggezählt das Leben die sind zwei jetzt bei mir noch aber die sind voll auf dich fixiert, was ist denn los? ja, so normal. Ich kenne das nicht anders. Ach du, Marta, ich werde führen. Ach du, Marta, ich werde jetzt führen. Ihr könnt euch da die Frequenz angucken beim Steffen, nennen wir mal. Aber heute den letzten. Ja, dann wieder so komisch tanzen wird. Geh ruhig rein, Martina, du kannst da gucken. Ja, beim Steffen drinnen. Ja, jetzt am Fenster, sonst gucken wir mal. Das hat so viel Spaß. Also, wie war das Portal? Das ist gut. Die Wahrheit ist, sie haben einen wundervollen Walzer mit Marta unterbrochen. Aber das Portal. Sie brauchen die Codes, um den Quanten-Hauptrechner neu zu starten. Dr. Sokolow und Brahms haben sie. Aber um Maxis zu finden, brauchen sie ihre Dimensions-Tracker-Kennung. Die hat Sabine. Ja, die sind nicht alle getroffen. Oder infiziert. Gehen Sie zur Datenzentrale, da könnte was sein, das Ihnen hilft. Erst mal die Datenzentrale, das Ding holen und dann... Musst du mal hinkommen, die runterschießen dann, ne? Ach so, ja. So, ich lass mal gucken, ja. Wenn du einen hast, dann sag Bescheid, dann komm ich. Ja. Also, wir müssen praktisch jetzt Meuchler einsaugen. Also, ihr dürft jetzt gleich keine Meuchler bitte töten. Also, Mimika. Ne, am allerbesten, du Heli-Bettler. Ja. Davon brauchen wir drei Stück, damit wir, ähm, Codes bekommen können. Ich hab noch was noch. Ja, ich kenne. Oh. Wie bist du denn? In der regelmäßigen Form für die Essenz einfangen und die Erinnerungen sammeln. Kinderspiel. Oh, ich hab eben nicht jetzt meinen Traumstrieb bitte. Reaktivierungscode, Tracker ID, Portal öffnen, Maxis nach Hause bringen. Hast du schon so einen Datenling, schläge? Ja, ja, hab ich schon. in mitten der endlosen harte einfach identifizieren man muss ihn halt ein stück runterschießen damit der steppen den einsaugen kann aber man darf ihn halt nicht töten und weil er keine vernünftige waffe hat schieße ich den jetzt nicht wenn ich ein Messer so gut wie tot schieße ich den jetzt ein Stück runter und dann kann er ihm dann wieder ein Küsschen so ein lieber Meulchen das ist gut und jetzt langsam unterschießen ja 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 ich hab keine Menge mehr so ganz arm ja gut kannst aber schon versuchen einzusaugen eigentlich reicht das ne ne reicht doch nicht oh jetzt die Beine wechseln kann ich noch da das reicht man ich hab Angst den kaputt zu machen das reicht man ich hab Angst den kaputt zu machen ach nein das ist weg gelaufen du machen mehr jetzt hier an den Sack dann habe ich schon mehr auf eins einer hätten wir ja ja wir müssen den von den Zombies trennen da weil sonst saugen wir nachher ein Zombie ein das ist scheiße ja ich hab jetzt auch so ein Ding geholt hast du? was wir zum Anfang hier alles eingesaugt haben es ist Wahnsinn gewesen hast du gekriegt? Bram's ja das ist richtig ja gut ok den ersten Code haben wir ja jetzt müssen wir wieder runter spielen also jetzt müssen wir jetzt drei Runden machen wir brauchen drei von den Mimikern also also noch zwei Runden sozusagen also noch zwei Mal den Spaß genau also noch zwei Mal Thaddeos ok also am besten alle am besten alle hier unten in der Mitte und ein Leben lassen und dann dann passt das dann ist doch wirklich nur hier da ist einer der Aktivierenden auswählungsbord der andere ein ja ich nehme mal Inputsport punchen ja ich nehme mal Inputsport punchen ja muss auch passen zu ähm wenn er zum Sport und halten einfach so man will den ja ja wenn das von der Oberfläche ja das ist wenn ich wenn ich schon was auch meiner Wachbar hatte dann ist es immer so ausgedrückt dann liegt aber nichts schlafen ja warte 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 das war ja unten das ist wenn du dann dann punch die Treppe hoch gehst eine Tasche drüber und da oben ja ist nicht ich war oben also gut dann kannst du vielleicht beim Oberstenten dann maximale Munition das Teil ist die Definition von Feuerkraft ähm das wird hier noch bei mir ok ich bin oben ja komm mal ran hier ja komm mal ran hier hier ist auch irgendwo glaube ich der Geheimdatei die habe ich alle eingesammelt unter dem Bett auch ja 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 da habe ich sie aufgesammelt ja und eine war nach links und eine war irgendwo nach rechts hast du den letzten Zomi hast du den letzten Zomi ja ja ich habe ihn hier aber ich kann nur irgendwie ja ich komm ich nehm dir ihn ab alles gut ne du musst ja runterschießen Stefan müsste am besten behalten ach so ja ja Stefan nimm mal bitte den Zomi hab man einfach ein bisschen kreis hier ja sag ich mir einfachион weiblich ja 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 von Warte, wo bist du denn? Ich bin da auch hier. Na hier, beim Reaktor. Kommst du? Hauptsache, der letzte Zombie bleibt dir weg. Wohin gehst du denn? Ich bin irgendwie bei dir. Hier, 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 wenn nicht. Hier kannst du ein bisschen laufen, anständiger. Was ist noch dran? Soll ich auch ein paar mal schießen? Ja, ja, kannst du. Hauptsache, wir töten die nicht. Ja, ja, bei mir reicht einmal. Ja, ja. Gucken wir, ob es reicht. Oh, Mist. Ach, der Zombie ist ja langsam. Oh, jetzt haben wir schon einen Zweiten, aber wir müssen erstmal gucken, ob der richtig war. Der wird richtig sein. Und der letzte müsste dann beim Hof drüben sein, auf jeden Fall. Kann ich meinen Zombie jetzt endlich umbringen? Warte, warte, warte noch, warte kurz. Oh. 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 Oh, man hat ja 3 Minuten Zeit, das ist ja das Gute. Hier ist das. Was? So, dann gehe ich rüber zum Hof. Ich töte den hier drüben. Und ich halte da wieder einen hier. Und dann... Kann ich gleich gucken, ob da einer gibt. Jetzt kommt Pass. Was? Das ist echt... Beim Oberst war ja immer richtig gewesen, deswegen müsste ich schon stimmen. Ach, der beschmeißt mich jetzt mit seinen... Faulen Sack, ey. Keine Informationen hier, weitersuchen. Noch nicht der Rie... Äh. Was machen die denn alle? Ich hab nur einen Zuschauer aus dem Großteil. Was ist denn los mit meinen Leuten hier? Ach, warum war das nicht der Richtige, Alter, verstehe ich nicht. Ach, heute ist Zuckerfest, ne? Die sind schon alle am Feiern. Am Saufen. Und was war dann gestern? Ich weiß ja, die wollen ja irgendwie drei Tage oder so. Ach ja, glaube ich. Na, wenn die einen Monat nicht essen, würde ich auch drei Tage feiern. Ja, dort wird er den letzten. Hab ich. Oh, auch da ist mein Freund gekillt. Oh ja. Also die Runde nur noch eine. Der war angeblich der Richtige, obwohl er eigentlich... Die Ried ist ein Lüster. Naja, ist komisch. Du bist komisch. Ist keiner da, oder was? Äh... Schon mal nicht geguckt, warte mal. Naja, also... Ich bin hier beim Hofkraut hier. Ich will mal gucken, ob... Der Hof ist immer richtig. Ich will ja mal kurz... Ich töte die erstmal weg und dann gucke ich hier. Okay. Ich töte die lange ein bisschen in meiner Kaserne. Ich hab ja gar keine zweite Waffe. Kann man kaufen? Wieso? Sicher? Wie viel hast du noch, Steffen? Die kommen ja die ganze Zeit noch hier. Die spawnen ja noch. Schreine. Ausgelöscht. Hol sich jemand diese C4 an. Ich hab glaub keinen mehr. Wartet. Dann willst du bei uns die nix mehr töten? Dann willst du bei uns die nix mehr töten? Oh, ich hab glaub keinen mehr. So, also... Ich hab auch keinen. Also... Hof... 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 Hof sehe ich keinen. Da hab ich bei einer. Da hab ich bei einer. Und hinter mir auch einer. Ne, zwei. Ja... Wo willst du gucken? Ich guck nochmal im Fuhrpark. Ja... Ja, ich guck beim Oberst nochmal. Weil... Beim Oberst ist dann nochmal hier aber das Gleiche. Oh... Also... Das muss ja eigentlich da oben stimmen. Ja, beim Fuhrpark... Beim... Beim Oberst... Das muss ja stimmen da oben. Kann nicht sein, dass das nicht stimmt. Kann ich den runterhauen? Ja. Weil das liegt am Moment mal auf. Naja... Aber beim Oberst hat eigentlich immer geklappt. Deswegen, das schweiß auch nicht. Gut, gut, gut. Ja, jetzt kling ich ärger, weil ich das spielschieß oder was? Naja... Na, waffest du zu stark? Gar nicht. Nee, ich hab das immer mit einer ungepanschen gemacht. Komm, ich hab keinen getötet. Also, ich hab keinen zufrieden. Nein. Du machst die Arbeit schon gut. ich habe einen lästigen fern hinter mir ich bin ja das ist auch richtiger sabin jetzt muss man im hof offenig im hof einer das werden wir jetzt schon drei oder nicht nein nein der andere der war falsch angeblich obwohl wir ihn auch seit näher haben also naja ich glaube der letzte war falsch ich gehe zum hof jetzt runter und dann gucke ich doch noch mal das ist max ist jetzt kann das portal ihre position im druck der wollte könnte er jetzt den letzten weg machen er dürft töten aber nur wenn er wollte müssen 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 müsste er nicht aber nur wenn er eine aufgabe doch nächste runde ist verteidigen ja deswegen ist immer die runde die runde jetzt schon in den letzten und das habe ich ja arbeitete weggegangen es erscheint dass er beim hof ist die teile liegen da also beim hof der steht ich würde eigentlich ganz schön in den armen also haben wir hier den falschen ne oh mein Gott der ist hier nicht mehr raus ich bin der falsche ja 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 hier der bei uns ist der falsche ja den können wir töten au 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 oh mein Gott ich habe schon der Phenomenie ey ich habe keine Caboom genommen ich auch nicht ich auch nicht ja ja seit wann sterren die davon also sag mal so wenn man sie braucht dann ja aber eigentlich kriegen die ja nur Schaden davon ne Na egal, dann macht ihr Verteidigung. Oh, dann kannst du schon mal rüberkommen. Ist ja ein Problem mit dem Messermittel, dann kannst du eine Kacke genommen werden. Kannst du nicht ausweichen. Oh, nächste Runde kommt Verteidigung. Ist ja ärgerlich. Komm bitte nochmal hier spawnen. Raptor 1, Rückkehr zur Basis zum Nachttanken. Fenster geschlossen. Irgendwas, ne, ja. Hier ist nochmal zu 4. Hol sich jemand in der C4-Ladung. Wo es aussieht, ist vom Hof jetzt nicht, du musst nochmal drüber kommen. Wir haben bei der Tankenstation da hinten. Wir haben bei der Tankenstation. Wir haben bei der Tankenstation. Doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Doppelte Punkte. ja doch hier leben ein paar einen habe ich hier ja ich freue mich einer zu viel lebt hier so einer nix töten ja wieso nix da weil die nächste runde ist verteidigen da muss man nämlich ich hoffe wir haben jetzt im letzten und steht die miserabelste schritt von allen dieser schritt dann ok jetzt ist gestorben warum auch immer und nächste runde verteidigen ich muss sagen ich habe nur kurz kurz vor Ort auf die Diskette eben auch der zweite Aktivierungscode gute Arbeit damit können wir den Hauptrecht auf starten das müsste gut aber ich hab so eingeschoben sollten wir den riss öffnen den standort von agentin maxis anpeilen können ok jetzt machen wir die wunderbar lass uns mal ein paar aufgaben starten ich klinge ja die vorher bevor die dimensionswiss bildet sich in der Omega Portal oh mein Gott hier am Boden ich hab schon dreimal jetzt alle gestartet Weltlazeroth ja instakill ich auf jeden Fall dann die nächste Woche dann müssen wir auf jeden Fall Flüssung nach da müssen wir alle Stabilisierung ja es ist immer was vielleicht kann sich Pack noch als nützlich erweisen also auf jeden Fall da kommt da kommt da kommt da kannst du schon mal ein bisschen sagen hier das musst du machen das musst du machen das 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 oh sag gar nichts sag gar nichts ich frag mich grad warum ich meinen Stream angemacht habe ja siehst du ich hab einen halt nicht angemacht weil ich dann nicht weiß was ja ich hab grad die Fehler die animieren ja die 2Flower das anzugucken ich hab grad nur einzuschauen der ist hundertprozentig irgendwie gut oder so ja ja und oh okay genau ich Wo bist du denn? Hier im steinigen Verteidigung. Das Ding auf die Verteidigung. Das ist nicht mehr freundlich. Ich habe ein bisschen mehr neu gemacht. Wir versuchen das anzugreifen und wir müssen es halt verteidigen machen. Ja, schauen wir nicht. Ich glaube wir können ihn verbrauchen. Also was wir machen können. Wir können den einen Kanister jetzt und den gelben Kanister verteidigen. Wer für C4? Ich brauche erstmal... Ich komme... Ich muss erstmal irgendwas auf meine Seite drauf. Ja, also... Ja, ich bin bleib. Ich suche nur schon mal den ersten Kanister hier. Wo kommt was drinne ist. C4 geht raus. Die schwarzen Faschen. Die haben wir noch. So, den außen habe ich. Wunderwaffen wird echt prickelt oder so. Ja, wir müssen Aufgaben machen. Schon fertig. Ja, wir können auch schon beginnen zu verteidigen jetzt schon mal. Ich wusste, dass Sovjets Stärke nie entsteht. Ähm, den Dschungel. Ach, ich bin schon episch. Machen wir mal eine Aufgabe an. Wir hatten hier am meisten Geld von uns. Ich habe gestartet. Ich denke ich. Was soll ich machen davon? Kommt mal mit. Kommt mal mit. Wir müssen uns einfach aufhalten. Im Untergeschoss. Und am besten nicht alle dritten. Also wenn ihr den letzten habt, dann ist auch schon ein Prickel. Genau. Wir müssen gucken, dass wir unsere Aufgaben auch episch kriegen. Die da immer aufflinken. Äh, legendär stehen. Oh, oh, oh. Deswegen mal nur noch ein bisschen so eins, wenn Zombies leben lassen. Und wenn sie so aufkommen kommen, dann kann man die. Schön. Schön locker floppy machen. Oh, fuck. Alles gut. Sieht gut aus. Oh. Alles gut. Das hast du verdient. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin legendär. Ich geh mal gucken, ja. Oh, ich hab bei mir keinen zum Linie gehabt. Glaub ich alle. Wir haben hier noch ein paar, also... Boah, fuck! Du bist also auf jeden Fall noch an dem Bus, das ist die Opfer. Was ist das eigentlich egal? Oh, ich brauche neue Rüstungen, so geht es gar nicht. Oh mein Gott, die haben mich. Ich bin eingesperrt. Ich komme nicht raus. Ja, mach dir ja. Und mein Zelt liegt hier. Das passiert, wenn man anderen hilft. Also, furchtbar. Oh mein, meine Waffe ist auch weg, was war denn das? Die ist gar nicht. Fünnen wir das Pressevieh hier tot, ne? Ja, ja, ja. Bist du mal ein, um einen zu neutralisieren? Ein doofer Thaddeus mal wieder. Kritische, also mit dem Messer, aber ihr habt noch nicht mehr alle. Kritisches Kopfschuss. Lebt jetzt noch was an Zombies, keine Ahnung. Oh, da läuft noch ein paar hoch. Oh, da läuft noch ein paar hoch. Ich bin so gepfischt da. Ne, nicht jetzt. Hilfe! Bin getroffen! Das, das dort vom Bus wird dann aber nicht passieren, ne? Das ist dann... Oh, oh, oh. Schwer, auf jeden Fall. Danke. Da ist noch ein Zombie. Einer lebt noch. Ja, hier bei mir ist einer. Ah, bei dir auch. Ja, das ist der gleiche. Warte mal, nehmen wir die mal auf und lassen die Aufgabe einfach ablaufen. Wo ist die Kiste? Lass uns mit die Kiste. Was ist das denn jetzt? Warte mal, wo ist die Kiste? Ja, wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Ja, wo ist die Kiste? Ja, wo ist die Kiste? gehen. Aber einer muss auf jeden Fall noch mal eine Aufgabe starten, wer noch ein bisschen Geld hat. Aber wenn du magst und das ISA-Eckler nicht hast, wir können es ja gerne noch einbinden. Stefan, kannst du mal eine Aufgabe machen? Jawohl. Super, vielleicht haben wir ja wieder einen irgendeinen Ort. Ach, da siehst du, easy. Nun kein Schaden, ich müsste einfach in den Zanderstück rein. Oh, der Roman spricht auch gerade, er will zocken. Super. So eine Aufgabe, deswegen immer einen nehmen lassen. Also ich habe einen hinter mir. Den gehe ich jetzt rüberpunchen. Ja, klar. Ja, das war einer vor mir, mal kommt der jetzt her. Von vorne? Ja. Das war ein Frontalangriff. Ich kriege einen Berg, sauber. Komm schnell in die Party, heißt das. Okay. Gehst du an der Kiste schon? Ja, ich bin an der Kiste. So wollen wir nicht tun gehen mehr. Ich gehe immer kurz dran, weil ich habe Glück und diese. Milano, oh, ne. Nee, ich lade auch nicht. Ja, ein bisschen Geld hab ich's noch. Was ist denn weg? Ja, dann, ich wollte gerade sagen, man das ist immer immer Aufgabe, gleich wieder aufstaut. Vielleicht irgendwas Gescheites kommt. Ja, wie gesagt, Marco, können wir gerne noch machen. Das ist kein Ding. Was? Die Freigelände bleiben, so lange wie möglich. Ihr müsst hier reinkommen, aber nicht töten. Hier, also hier, hier in das Gebiet einfach rein. Einfach aufpassen. Ja, jetzt hab ich doch gleich Schaden genommen. Was steht denn unter euren Belohnungen schon? Was steht denn da? Verfügbare Belohnungen? Ja, Stefan, komm hier rein. Komm rein hier. Nämlich zum Mistlosmitte hier rein. Hier rein? Nein, bei uns hier, bei uns, wo ist sie? Was seid ihr denn? Ne, hier. Hier. Wo bist du denn? Hier, hier hinten drin. Hier. Dann müssen ja nicht meine Zombies hin. Ja, die sind jetzt hier drin. Komm mit hier rein. Komm mit hier rein, muss ich hier rein stellen. Und wenn du die Wunderwaffe hast, dann ist perfekt, dann können wir auch schon weiter machen. Wir brauchen jetzt, legst einen Schritt die Wunderwaffe. Ja, für einen Schritt brauchst du die, das ist eigentlich voll komisch, ne? Ja, ja, dumme Wunderwaffe. Ja. Ja. Was machst du mit denen? Die kotzen gleich. Das glaube ich auch, ey. Jetzt habe ich legendäre Belohnung. Dann komm jetzt, dann guck mal was du hier hast. Zwei haben legendär. Martina hat bestimmt auch legendär. Ich weiß jetzt nicht wem welcher gehört. Hier hast du auch legendär? Möööö. Schrott. Kleine hier in den goldenen. Jetzt verschwindelig hier. Hier bei Belohnung fordern. Ja, mach mal. Richtig. Das ist auch ein Perk. Das nochmal auf die Eck. Und das auch. Und hinter dir kannst du auch einsammeln. Oh. No. Natürlich noch eins. Mehrfachabschüsse. Ich glaube wir sollten mal punchen gehen. Habt ihr die Zelda bei? Was? Können wir auch die Zelda bei haben? Nee, war keins. Einmal mal zwei. Ja, müssen wir die Aufgabe ablaufen lassen. Ja, Stefan kann ruhig punchen gehen. Aber müssen wir trotzdem immer mal aufkommen. Immer wieder aufkommen jetzt machen. Ich finde ich bin auch schon wieder auf Zelda. Ich bin episch. Ja. Hast du manchmal gemerkt? Manchmal ziehst du drei, viermal aus der Küste, ne? Damals Brost. Ja, ist immer so. Wenn ihr die Brost an der Küste gar nicht. Ja, ja. Immer wenn wir in hohen Runden gespielt haben, hab ich die dreimal hier liegen gehabt. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist doch noch nehm ich mal mit dir. Img, ich denke ich auch, gut oder gut ihn entdecken. Oh! Jawoll! Attacke! Jetzt müsst ihr bitte mal anhalten, die Letzten noch. Ja, warte, wo gut die denn? Ähm, Martino, nimmst du den kurz? Den Letzten? Wo war denn das? Wo bist du denn? Ja, da! Da, da drin ist auch. Ich muss erstmal umstellen hier. Ja. Genau, hin und dann zack. Und jetzt alle hinter zum Dschungel-Tungel. Dschungel-Verteidigung. Ich muss Stefan, da. Martina, kommst du mit? Ja. Ja, warte, dass Stefan da ist, dass Stefan auch noch den hinter findet, jo. Stefan ist schon hier. Ich bin doch schon da. Ach so, du bist schon da, ach so. Ja, das macht man ja nur kurz und nicht den ganzen Tag. Ja, das... Es gibt Favoriten, die brauchen dafür lange. Ach quatsch. Und jetzt kommen alle Gegner von unten, da muss man einfach nur draufballern. Ja. Genau, jetzt müssen wir einfach nur das Ding überleben jetzt. Ich freu's. Und wenn der Mangler kommt und was Feindes bitte einsammeln. Auf jeden Fall. Ja. Was passiert? Bericht. Eine isotopische Kuppel hat unser Team umschlossen. Ja, hierher muss man schon. Sooooh. Sieht leistungsfähiger aus als die gewöhnlichen wandelnden Leichen. Energiezellen. Wie die, die Coolclays Gewehr braucht. Sie müssen sie aufladen. Oh, richtige Feindes von mir. Die, die, die... Oh, was... Richtige Feindes. Ach, wenn die Runde geskippt, das heißt, wir kommen jetzt auch gleich von hinten? Ja, ich... ich besitzen schon auf. Okay. Ja. Ich brauchte da immer solche Teubungstornaden, oder? Wie sieht es aus? Ich hab... ich hab... ich hab dir einer eingesammelt. Nein. Ne, das ist meine Essenszwelle. Das ist schon anders. ich weiß von hinten kommen sie auch ich wollte es hinten aufpassen ja mach ich doch schon er sagt ja von hinten kommen leute ich dachte die kommen immer noch von vorne ja das müssen aber eigentlich auch schon mit die letzten so wie er es nicht mehr kommen sehr schön so jetzt in der medienbette ich setze die dinge aufgesammelt wir können aber noch ein bisschen ausfüllen es reicht wenn wir einnehmen ja ich meine ich ja aber ich gehe gerade die dinge einsetzen nur schon fast zu weit ja, aber ich muss auch mal punchen, ich hab nur keine Waffe ja, ja, gut, wir können ja bis apropos, wenn er, kannst du das Magazin einsetzen ja, mach ich mach mit auch zwei Runden, sowas auch, bis maximal 20 wegen Schrott, wegen Affen noch, ich brauch mir Affen auch noch Evakuierung negativ, bereit halten für das rechte Fenster auch die guck, guck, guck das sollte passen zu Omega Portal Chaos oh, sollte das, äh fast geschafft Pfff Portal Volland steht durch Primär-Energie-Opte vollständige Systemabschaltung dritte Punkte oh no oh no Halt was passiert da die sache ist wenn sie meine Täuschung glauben ist sie dann warm also wir könnten jetzt schon in den Boschwald gehen, aber wir wollen halt noch Wir haben gewonnen. Wir müssen gleich mal gucken, ob einer von euch schon mal Affen holen kann an der Bergbank. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wer macht das noch nicht? Wir sind hier noch nicht fertig. Es muss noch einen Weg geben. Moment mal. Ist der Satellit bereit? Mit dem Energiestrahl... 45.000, man möchte. Ein Messer-EB ist. In der Theorie sollte der Störer genug Energie erzeugen, um das Portal zu öffnen. Oh Mann, Taddeus verfolgt nicht. Die Schüssel der Einrichtung wäre perfekt für die Energie. Könnte er mit dir machen. Nein. So nehme ich meine Munition, alles okay. Oh, viel manglers kommen denn hier. Wow, wow, wow. 410, ich war noch. Oh, 990, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Oh, fuck, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Das war so klar. Ach, Glückwunsch. Maximale Munition. Hab einen Fleischfresser getötet. Oh, 410. failed. Noch nicht. Die Zellen müssen noch laden. jetzt geht es ich bin normal ich habe keinen offen wir brauchen aber auch wenn das ballistikmesser wirklich so reinhaut wie es eigentlich so normal ist und ich habe auch schon feierringen schussverkauf oh nee ich bin hingeblieben ohne 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 was habe ich gemacht ja warum kann ich mir die wiederbeleben ich habe ein paar 9 ja 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 man will am besten aufpassen wegen perks und holt euch direkt wieder jugger ja jugger also dieses rote und dieses blaue müsst ihr immer haben immer also schnell die wiederbelebung und jugger ich habe auch kein blaues das sind leider die zwei wichtigsten perks ja ja oh was ist hier los ich komme hier in der sack man warte ich komme auch wieder ja ist gut wer ja ja das ist weil ich schon wieder nicht sehe was ich auch voran habe ja ja es ist wieder verpackt ich weiß bei mir auch so ja So, dann lass mal Runde 20 ein Leben und dann nächste Runde ein Leben lassen. Also ich hab jetzt zwei offen. Ach, hier. Stimmt, ich hab ja nur drei Perk, siehste. Siehste doch, ist eh nur ein Perk weggegangen. Es ist so wild. Schnelles Nachnamen brauch ich sowieso nicht. Ich will mir doch bloß ein paar Dosen kaufen, Mann. Oh, jetzt kann ich sie die Pappel nicht kaufen. Machen wir vor einer einmal blaue Schritte, wir müssen auf Episch messen. Komm. Komm. Oh, da kann ich einfach gar nichts anfangen. Nur Schwarz. Mh. Alter Schwarz. Oh, der Mapp jetzt hier. Also jetzt ein am Leben lassen, Sasser. Hm, nächste Runde ich ja in Leben gelassen. Nächste Runde? Ja. Und Tina magst du nicht nochmal punchen gehen? Du hast bestimmt erst auf Stufe 1 gepuncht, oder? Ich hab die eine schon zweimal gepuncht. Oh, okay. Die zweite benutze ich eh nicht. Nein, wir müssen doch noch wegen der anderen M-Rei-Karweißen mit dem Magazin. Dass wir dann zwei Waffen haben. Also ich würde mir ein paar Gefänke holen. Oh ja. Mach das, ich auch beim Punchen. Aber jetzt auch Rüder, gell? Ja. Ich hab' da wohl auch mit der Konkurrenz, aber weil ich alles wohl hier zu tun. Aber all das. Oh, wo bin ich denn? Ja, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Und da geht's. Hier, Stefan. Kannst du mal den Affen hier aufnehmen? Wir brauchen Affen. Hier liegt einer. Da geht's. Bitte. Natürlich kein Affe, das sind Granaten. Hier, bei mir. Markier doch einfach. Hab' ich doch. Hey? Warum sehe ich's mehr? Na, verteidigen. Gut, dann müssen wir drunter einschauen. Sie entnehmen. Ja, wir können den auch aufnehmen. Hauptsache irgendwann hat den aufgenommen, bitte. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Jetzt hat man Titalin so. Boah. Ja. Vollgeladen. Verteidigen, verteidigt. Äh. Ja. Ähm. Wo denn? Was denn? In die Hinten, ähm. Kontrollraum. Ähm. Steffen, kannst du einsammeln, ne? Äh. Kontrollraum? Ja. Verbrannte Verteidigung. Ähm. Stefan kannst du nehmen. Oder Ding hier. Äh. Man möchte die Wunderwaffe haben von euch. Von den Beinen. Naja. 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 Nimm du die, ich benutze eh immer meinen. Schaut gern. Die liegt hier. Ja. Ich hab auch meine Fertion. Hier. Hier. Oh, oh, es wird aber eingehen. Naja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin auf dem Weg. Klump. Aber so sind Prototypen eben. Dennoch erwarte ich, dass jemand mit ihrem Intellekt und unser neues Spielzeug genießen wird. Oh, oh. Der Schaden nimmt auch ganz schön zu. Ja, ich hab nur Messer oder so. Ja. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ja, müssen wir ihn beschützen. Ah, warum bin ich nicht. Ach, die sind schon drin, ja. Ja, ja, die bösen Brüder vertreten. Böser Mangler, böser Mangler. Ja, genau. Also ich kann mir auch noch gleich noch einen Affen holen. Mhm. Ja, wir müssen jetzt eh erst Runde 21 ausstehen. Genau, äh, Runde 21 an dem, lass den Bock an dem. Da mach ich den Satellitenschüssel. Ach, das gehen wir schon hin. Das wird schon schief gehen. Logisch. temperatures zum women. Runde 22 Uhr isolation. societal Fallout 4 Ne was? Alex, helft uns ein tiefes Integro. getränke aber alles gut der genannt habe ich stilte und reichweiter reichweiter und wir haben geworfen und wie ich danke es hier jetzt haben wir noch zwei am besten das am Ende ja so und ab und nicht mehr ich habe auch zwei Aachen Ich glaube, Martina, hast du den jetzt aufgenommen, den auch nicht? Ja! So, Martina hat auch einen, jetzt kannst du ja gar nicht noch einen zweiten machen. Ich kann mir keinen leisten. Ich nicht. Nee. Ja, noch nicht. Friss Staub! Feind erledigt! Oh, das bin ich eigentlich eigentlich. Mann! Oh! Die Wundern. Die Wundern. Doppelte Punkte. Oh, Alter. Schon wieder? Ja, ich bin ja gar nicht. Ich muss ja gerade selber mal rauskommen. Moment. Ja, ja. Alles gut. Wo liegst du denn? Hier liegt bei dir. Du darfst immer laufen. Du darfst immer laufen. Du darfst schnell jetzt wieder mitnehmen. Du darfst wirklich. Danke. Ich will mir eben kurz Jaga, ja? Ja, ja. Ich muss nur... Hast du mich jetzt angeschossen mit dem, ähm... Oder hast du mich so wiederbelebt? So wiederbelebt. Aber mit dem Messer kann ich dir wiederbeleben, ja? Du kannst mich anschließen mit dem Messer. Entweder er oder ich. Einsatzeichen. Evakuierungswender ist zu. So, jetzt langsam, langsam. Oh, alles klar. Die letzten langsame Gang. Nicht alles töten. Ich würde hier mal banschen, ey. Aber das ist so ein Problem jetzt. Maximal der Munition. Ja, das ist 1000, 4000. Ich kann mal am Anfang kommen. Wow, wow, wow. Ja, das stimmt nicht, weil ich die Sender schon weg ist. Ja. Außh. Mh So, was habt ihr noch? Äh, einer ist schon Ja, ich bin nebenan Nicht töten Ähm, ich hab ein paar Leute Weißt du, du kannst ja mal in die Werkbank gehen und gucken, ob du noch einen Affen machen kannst Wo ist das? Warte Hättest du dir irgendwann Stefan? Stefan, ich will für dich alles Willst du dein Martina? Ich hab noch nix Hier? Du hier in die Werkbank gehst und ein Viereck drückst? Achso, ja, ja Ja, ich hab nix Hab ich Okay, Sophie Ähm, ich sag mal irgendeine Rüstung Ja, ach ja, was ist mit Rüstung? Gute Idee Äh, warum kommen denn immer die Mangler hier zu mir? Äh, ja, so kies Ach ne, mein Mein Schrotter ist vielleicht Rüstung gar nicht Egal Meiner auch nicht Ha! Joa, nicht schlimm Ich hab mir jetzt mal einen Todbringer geholt Der kann auch manchmal helfen Ja Joa, hab ich auch Kann ich eigentlich einmal probieren Kannst du ja gucken, dass der mal die Dicken ein bisschen weg geht Da sind die Kleinen schon aus dem Affen Ich probiere die auf den Dicken bisschen mal Beärgern Rüstung auffüllen geht das? Oh Oh Gut Haltet ihr die? Ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen Ich möchte das machen Ich möchte, ich möchte Wie heißt das? Bitte Räder mit Falsch Sie müssen die Schüssel in Position bringen Die Schüssel Falsch Falsch Die ist ja laut Schüssel Das war doch der Fragezeichen da richtig, ne? Ja Ja, ja Da muss die Steuerung gehen Richtig Ja So, und jetzt ein Winipid und guck doch die Schüssel da oben Guck euch die Schüssel an Guck euch die Schüssel an Guck Ja, da oben die Schüssel Wir müssen die Schüssel weitergehen Oh, das ist ein Zelt, das ist ein Zelt Danke Scheiße Und die Schüssel Aber das ist so Jetzt sind die Schüssel In die Schüssel Erinnert Schüssel Immerhin sieht schön aus Hahaha No Hat etwas noch? Jep Ja Also, Martina, du hast jetzt zwei Affen auch noch. Ja. Okay, also haben wir jetzt. Sagen wir dann Bescheid, wenn du deinen Affen werfen kannst. Das mache ich. Wir schmeißen es zuerst. Äh, dann lassen wir uns Martina schmeißen. Das ist nur einfach Martina Bescheid, wann sie schmeißen soll. Ohne Affen. Was ist los? Was ist? Alles dunkel? Ja, ich bin abgestürzt. Ich wurde gerade geschlagen. Nein, ich bin nicht abgestürzt. Ja, aber ich glaube, wir müssten eigentlich noch mal leben, oder? Ich glaube schon. Ohne Box hat das Problem halt. Aber egal, das gehen wir hin. Das ist... Das können wir auch irgendwie dazu machen. Ich... Ich... Ich probiere, den mit einer Riesche wegzumachen. Was ist das? Nexis. 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 Die Eid haben wir noch gesucht hier. Das war das Ding. Sam. Und was ist mit dir passiert? Ich... Ich kenne diese Stimme. Weaver. Ein Film im Spiel. Das kleine Kind bei BO3 und BO4. Nein. Ja. Ich kenne die Seite. Das sparest du? Ich fisch nicht. Das ist ein Film. Dann raus. Ich kenne dich. Ich kenne dich nicht. Und dann raus. Das ist das Positive. Sääb. Und dann raus. Das ist das Problem. Und dann raus. Hat sich die Wunderwaffe noch geholt? Stefan hat sich. Na mal am besten jetzt die Riker zum Schießen. Mhm. Die ist ein bisschen stärker. Ja auch gegen die Meuchler und also gegen die Thaddeos und so weiter. Alter! Das müssen wir jetzt kaputt machen oder was? Ach gut? Ach ja, ja, ja. Schmeiß noch ein bisschen schon mal. Ja, du. Hast du Feuerring voll? Ja, will ich? Soll ich? Ja, warte mal. Schau, 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 schau. Ja, guck die andere oben da fliegen, guck die andere hier. Noch mal ein bisschen, ja. Ey, Speedball im, äh, da töten hier. Ja, herzlich willkommen, ich hab das Easter Egg geschafft. Das war alles? Ja. War schon langweilig. Werd ich ja schlafen. Wenn du es ruhig angehst und die Meuchler, die Minika gut einsammelst, dann probieren. Also das Ballistikmesser ist wirklich okay dafür, das ist extrem wichtig. Aber da gab es ja noch nicht, wo wir es gemacht haben. Nee, 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 nein. Also wir haben das mit vier, mit drei, vier Wunderwaffen probiert. Und wir sind auch da drinnen schon gestorben, ob es klappt oder nicht. Ja. Aber das Ballistikmesser ist wirklich so derbe. Es ist heftig. Heftig. Kommst du nicht mit? Nö. Es läuft gerade eine Operation im Uralgebirge. Ey, ich müsste dir jetzt eine Visitenkarte bekommen. Im Uralgebirge, ja. Ja. Ist das der einzige Weg? Ich sagte dir. Und da geht es so noch weiter im Uralgebirge. Ja, der hat dann Analeinsatz. Genau. Mach nicht noch mehr kaputt. Ja. Denk dran. Nichts ist so kaputt, das ist irre. Wie meine Hoden. Kaputt. Im Uralgebirge wird ja nur Ural. Ja. Ich komme rein, Weaver. Ural. Wir müssen über einiges reden. Ja. Ich zieh mich schon mal aus und leg mich ins Bett. Ich warte. Ja. Endlich. Ging es vielleicht nicht noch langsamer. Es war schlau, ihre Forschung zu übermitteln. Es demonstriert Loyalität. Zumindest etwas. Nur etwas? Was wollen Sie noch? Warten Sie, bis wir in Moskau sind. Mal sehen, was der Oberst darüber denkt. Wirklich? Wollen Sie wirklich wissen, was ich denke? Nö. Ich denke, ich hätte gerne eine Demonstration Ihrer Hingabe für Omega. Ja. Wie lange geht das? Habe ich Zeit, ein Kitsche zu machen? Ey, 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 ey. Ich bin jetzt fertig. Also, danach ist Game Over, wenn... Ähm... Ja, die Game Over. Ich kriege das! Krass! Was? Ich benutze! Boah! Das ist das Ende. Oh. Martina ist richtig gut geschlagen, ey. Nur zwei K.O.s. Raumpower hier. Na ja, gut. Bei Ausbruch rasiere ich. Das muss ich sagen. Sie hat sich auch gut gehalten. Alles gut. Oh ja, aber ich hatte keine Ahnung, was ich gerade mache. Muss ich nicht sagen. Ja, war doch gut gewesen. Jo. Kann man so sagen. Also hast du ja auch das Effekt bei Maschine auch nicht. Richtig? Nö. Richtig. Maschine. Ne, Maschine habe ich mir jetzt einmal gezeigt. Ach was? Das ist nur los. Echt? Ich weiß ja nicht, ich zog ja nicht bloß aus. Ausbruch wegen Marco damals halt und so. Hast du auch noch nie einen Sturm gemacht? Zu zweit? Doch, mit dem Jens eine Runde. Okay. Geht ja bloß zu zweit halt. Aber es ist auch Bombe. Ja, wir hatten es im Nuketown gespielt. Och. Also ich geh jetzt alles mal in Rochen. Ja. Oh. Mein... Mein...